Yo Leute und damit Willkommen wieder zurück zu Sparks Challenge Immer noch mit dem Flash-Shooter Und ich mit meinem Sprachfehler immer Ja und ich bin müde, immer noch Ich würd ja gerne eine Ansage machen, aber ich glaub die verreck ich grelendig Beim letzten Mal bin ich jetzt schon verreckt Was mich freut Jetzt heißt das ganz schnell zurück Und nicht deine Sachen findest Ich hab mich irgendwie komisch ausgelockt So was mach ich jetzt? Ich bin in die falsche Richtung eben Du machst doch nur Unsinn Ja wie immer, genau so wie du Oh Mann ey Aber das ist ja nicht das erste Mal, dass ich verrecke und meine Sachen wieder finde Na toll, ich verrecke und finde meine Sachen gar nicht wieder He he Ich hab Gold und alles bei gehabt Da ist die Hacke Das geile ist, ich such Schnee ne Aber da ist ein Berg und da oben ist Schnee drauf Ja hab ich doch vorher auch gesagt Ich hab das nicht so wirklich realisiert, dass da oben was drauf ist Ich hab doch vorhin auch gesagt Ja 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 Ich hab das nicht so drauf geachtet gehabt Du wolltest einfach nicht auf mich hören Da bin ich runter gesprungen Glaub ich Da wollte ich ins Wasser springen, ne? Glaubst du? Ja Glaub ich Ja Da sehe ich schon mal XP von mir Dann ist das auf jeden Fall richtig Äh Da hab ich noch ein paar Samen, die wollte ich auch noch mal eben anpflanzen Die Sachen? Alle auf dem Baum gelandet oder was? Oder weg Aber die können doch nicht gespawned sein Kann Nö Die Welt hält ja an wenn man raus geht Ja So So Ich tue jetzt immer noch ne Meilen ohne Witz Ich weiß nicht mehr Wie renne ich hier gerade so komisch rum? Fick dich doch Wie immer so ein bisschen behindert Und jetzt wird nicht beleidigend So Wollte nur sagen so wie du So wie du Achso die Sachen liegen alle auf dem Baum oben drauf Aha Das ist meine Schaufel Meine Spitzhacke natürlich im Wasser Verdammt ich dachte die ist weg Achso ich kann ja da hinten weiter buddeln Boah Darf ich jetzt mal die Spitzhacke im Baum abbauen? Weil deine anderen Sachen auch da noch drauf liegen Ja Leute ich besorg mir ganz schnell mit der kaputten fast kaputten Schaufel ein bisschen Erde Und jetzt ist sie ganz kaputt Ooooooh Möchtest du ne Runde Mitleid mit mir? Ne brauche ich nicht Brauchte nur einen Adblock eigentlich R2 Ich suche Diamanten Hallo mein Zeugs wie geht es? Sorry dass ich gestorben bin Tut dir gar nicht leid Du hast einfach nur Ja Ich glaube ich habe soweit alles wieder Ich glaube ich habe soweit alles wieder Äh jetzt darf ich mir erstmal gleich noch eine Schaufel craften Ja auch Kohle Ne Holzschaufel Reicht doch vollkommen aus Kohle Kohle Im Schnitzel ernten Ja doch Du musst ja nur einfach mal 8 Stück haben das reicht ja Mhm Erstmal schön mit F3 erstmal die Höhenanzeige anzeigen lassen Ja 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 ich finde das ich nie wieder Ich weiß ja auch nicht welche Höhe ich denn habe Und bla bla Wow Ein bisschen tricksen müssen wir ja Du trickst doch immer Anders geht das ja nicht Ne Du musst immer irgendwo was finden wo ich tricksen kann Mhm glaube ich dir So ich brauche noch ein bisschen Erde um da überhaupt hochzukommen Meilige du hast eine Spitzsacke und gesunde Beine und Arme Ach Bist du faul für ne Mhm Da ist mal eine fliegende Insel da ist auch noch genügend Schnee drauf Obwohl kommt man da auch so hoch? Mhm Ich glaube vielleicht gibt es ein paar Stellen und es wird grad schon wieder Nacht So Sowas liebe ich immer wenn das eine Dauernacht wird Ah Minecraft was erwartest du Mhm gar nichts Ach ich komme aus Soho Cool So Höhe 3 die sollte es Ach Höhe 10 sollte reichen Und Diamanten Wir besorgen uns Deine ersten ne? Japp Und mein zweiten Und mein dritten Und mein vierten Ach 5 und 6 auch noch Okay äh Flamke jetzt gleich Acht Diamonds Nice Cool Das heißt schon mal Warte was Ich schlafe mal auf dem Berg oben drauf Oh ich muss Obsidian Farmen Zack Ey da wär ich dir schon im Vorteil mit dem Verzaubern ne? Wieso? Oder hast du schon Verzaubern? Wie Verzaubern? Ja mit nem Zaubertisch Hab nem Zaubertisch schon Verdammt Aber keine Bücherregale oder wie Vier Stück Ja gut da bin ich ja noch gut im Vorteil Ja aber ich hab jetzt auch Kühe ne? Verdammt Aber du musst die besseren Verzaubern haben Du musst gute Verzaubern aufhaben Mhm Und das ist Schweine Da musst du richtig Glück haben Ich bin so ein lucky Kerl leider Get lucky Chicken Wings von Kentucky Werbung Ja Nach diesem Werbespot Folgt die nächste Werbespot Und danach ist eine Dauerwerbesendung Und wie wärst du bezahlt von denen? Ich gar nicht Mit Chicken Wings Von Kentucky Frei Chicken Nein Nee Kentucky Frei Piep Piep Kannst dir nicht sagen So was Stripminning Es ist am einfachsten noch paar Diamanten zu finden Überhaupt nach Hause Aber ich habe die salty mehr gefunden Weil sonst ist da immer level 10 Oder 11 Boy ich muss unbedingt was essen Oh, hast du nix mit... Kürbiskuchen Na, Diamanten! Nice! Oh, jetzt darf keine Lava kommen Ey, Kürbiskuchen Elf Diamanten Wie geht der? Wollte nicht mehr Ja, aber du hast aber Eier für, oder nicht? Ja, ich glaub ja Ja Und du hast keine Hühner in der Nähe Genauso wenig wie ich So, komm schon, Zauberbruch Ich glaube 15 Bücher brauchst du, 15 Bücherregale Ja, 15 Ja, Kürbis, Ei und Zucker Na, siehst du Naja, hab ich nicht, weil ich keine... Ja, ist egal Naja, mit Karotten geht's schon Muss halt ein bisschen vegetarisch leben Ja, ein bisschen, ne? Aber nur ein bisschen Okay, meine Kühe sind schon wieder groß Nisten ficken lassen Geil Erstmal ne Runde schlafen gehen Flashthooter hat den Erfolg Diamanten irgendwas bla 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 erhalten Sechs Bücherregale und Nummer 12 Gibt so wenig Eisen Ich muss mal wieder Strip-Money machen Ja, anders kommst du nicht dran Diamantenspitzack hab ich ja Wupp Hab schon wie ne Enderman gehört Dreckige Arme Ach, wird knochen wohl, ne? Knochen, knochen, knochen Knochen, knochen, knochen Knochen, knochen, knochen Knochen, knochen, knochen So, düt, düt Und kein Holz Kein Holz, kein Holz, kein Holz vor den Hütten Aber ich glaub gebratene Kartoffeln haben mehr gebracht, ne? Ja Ach, bin ich blöde Deswegen reicht das eigentlich mir nicht Kartoffeln anpflanzt weiter Dö, 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 dö So, Äxtchen So, zack, 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 zack erstmal wieder an meine Ofenwand deine Ofenwand? ja ich hab nur mehrere Öfen einfach irgendwie geklatscht so wie immer wahrscheinlich ja wie immer ach ja dieser Flash hat einen Knall nee du vermarktest mich hallo du hast mich verkauft ja oh mein Headset ist gleich leer aha aber durch meine Situation dass ich leicht angeschlagen bin na heu doch nein was ich gemacht hab ich hab mir eine Diamantachse gemacht statt eine Spitzhacke boah bist du dämlich egal nicht egal egal ist 88 nein da steht auch sorge dafür dass du nur Diamantwerkzeuge benutzt ja das finde ich irgendwie komisch ist halt so ne dass das so heißt ich glaube das zählt dann wenn du die auch hast ja hab ich ja finde einen Diamanten den Diamanten tue ich auch ne ich meine wenn du alle Diamantwerkzeuge hast hallo Küper selbst ne Hau selbst ne Hau wie unnötig ja ehrlich ja ja ist er auch so machen wir dann gleich alles auch schwer wo ist denn das wenn ich genügend hab da ist Portable da ist auch irgendwo mein Lavasee so erstmal Kartoffelnbraten das dauert 5 Minuten noch hehehe oh hoi ne stimmt gar nicht 4 ja freu dich stimmt gar nicht noch weniger get lucky wisst ihr er ist so ein Knallkopf warum warum hast du das ich hab auch Gefühle ne du hast keine Gefühle ich sitze jetzt bestimmt 4 Minuten ich hab gar keinen Körbis sehe ich gerade shit naja nur ein Obsidian Farm was dauert hier so lange ja bis 2 oh ich hab nen Chunkfehler ich hab auch nen Chunkfehler was ich jetzt mache hier ganz vorsichtig rum ja das müssen du nur mit einmal reinfällst ne das passiert nicht warte was ist denn da hinten da hinten war ne Festung jetzt kann ich aber nicht abschätzen wie weit das war verdammt aha muss ich wieder da ähm ja aufhören yay was dann oh endlich eben gut zu essen nochmal in Köln das 4 Obsidian genau tack Schnee da rein muss echt nochmal runter gehen farm gehen ja ich geh gleich auch farm aber erstmal hier verzaubern den ganzen Müll den ich nicht brauche weg damit wie viel Level hast du denn 30 wow das hier ist ein Schwert verzaubern ne ja klar und versuchen Plünderung drauf zu kriegen ja er versuche ich ach so ja einerseits wegen den Lohnrouten oder nur oder wegen den Enderman mhm und dann auch wegen Kühe damit ich auch noch Bücher noch mehr bekomme und die erschweren ich kann das jetzt noch nicht verzaubern ich brauche erstmal mehr Bücherregale mhm 15 Stück bräuch das ist eigentlich schon wieder so ein bisschen Leder echt das geht eigentlich ich habe ja noch genug Bücherregale 8 Bücher so die eine Kuh muss noch groß werden dann habe ich wieder 4 Kühe dann werden die auch nochmal gezüchtet schön so Leder 34 Leder jawoll das heißt das wird wohl auf jeden Fall werden was so so ah die Kühe konnten auch schon eine Puppe oh cool na ah da ist ein Körbisgrad gewachsen in dem Moment wo ich mich umgedreht habe so Bücher cool zuck dann bauen wir jetzt einen Schneemann Schneemann oh ja 1 2 zuck da haben wir einen Schneemann ja der stirbt sofort Folge 16 ne bei dir ja bei mir genau äh 4 negolen 16 16 links 6 zwei Diamanten und dann oben Buch drauf ja da ist ein Zaubertisch nice bei mir stirbt er nicht ja dann hast du ein passendes Biom also bei mir in der Wüste da kannst du knicken bin ja auch nicht in der Wüste na siehst du habst du nicht wie ein Ding wie hier machst du einen Zaubertisch da kürbt den Zaubertisch mit 15 Bücherregalen aber den Zaubertisch habe ich schon mal und danach Verzauber einschwert auf Level 30 ja mit Level 30 das ist ja so jetzt gehe ich erstmal wieder runter bisschen Farmen gehen das wird jetzt auch wieder ein bisschen öde in Farmen gehen naja sechs sieben Stück jetzt brauche ich Holz aber das bringt so verdammt Spaß echt selbst wenn man verreckt weil man sich so und weil man sich voll aufregt aber dann trotzdem nochmal ansporn hat ja das ist es ja das wieder zu kriegen ähm da dann kann ich gehen wir hier rein wollen wir uns ein bisschen Redstone dafür kriegt man ja auch noch EP naja aber bringt nix ey ja ist ja egal EP sind EP achja du bist ja gestorben wie viel hast du eigentlich wiederbekommen war Level 2 wieder ich weiß gar nicht welches für mich war oh ja gut müsste ich gleich bei mir Pause machen und mal in die Aufnahme gucken wenn es ja nicht so viel war dann geht es ja noch aber ich würde mich jetzt tierisch ärgern ich glaube ich war schon etwas mehr deswegen Folge ist auch gleich wieder rum ja da habe ich 10 Sekunden noch yo 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 7 Sekunden yo Leute dann würde ich sagen gehe ich hier raus ja würde ich auch sagen bedanke mich fürs zugucken und bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss